hi freunde migi days ich wollte euch noch mal kurz nur mal so ein kleines video noch geben kurz nachdem ich das andere gemacht habe also ein paar tage danach und zwar geht es hier noch mal im detail um get my ads und ich wollte euch eigentlich nur noch mal kurz dazu sagen dass es einfach echt bombastisch funktioniert zumindest davon abgesehen oder in dem fall halt dass ich wirklich noch gar nichts weiter damit gemacht habe da ich einfach aus zeitgründen auch die ja halt einfach bisher noch nicht dazu gekommen bin heißt ich habe immer noch niemanden geworben noch keine weiteren man sieht ja hier affiliates oder irgendwas in meinem team weil ich einfach noch nichts weiter gemacht habe damit außer halt die token laufen lassen die habt ihr schon kurz gesehen wir sind jetzt bei 12 dollar und 26 cent und dafür dass ich nichts macht damit finde ich echt top also quasi der betrag wie immer aufgesplittet die hälfte im rebuy konto um weiter davon ja verdienen zu können für später und die andere hälfte in meinem auszahlungs konto was ich mir jederzeit auszahlen lassen kann also 12 26 finde ich echt super entschuldigung ja wollte ich noch mal kurz noch mal so mit auf den weg geben dass das hier nach wie vor alles super läuft wer da auch bock drauf hat schaut mal in die beschreibung da habe ich ein paar links reingepackt schaut euch an schaut euch das video dazu an registriert euch absolut kostenlos und schaut euch die ganze geschichte mal an also funktioniert im prinzip spielend ansonsten könnt ihr mich hier abonnieren und hier noch das erste video und ein link dazu welches ich euch gezeigt habe gern auch ein daumen hoch bis zum nächsten mal ciao ciao